Was machst du hier, Junge? Ich gehe nach Hause, Sir. Du suchst doch keinen Ärger, Kyle. Kein bisschen, ich schweiß ihn. Hands on. Es ist wieder so weit. Wir erwarten 20 Leute, die um einen Truck herumstehen und ihn mit einer Hand berühren. Tag und Nacht, bis nur noch eine Person übrig ist. Mit der Hand am Truck wohlgemerkt. Und die gewinnt den Truck. Nicht ein Wort. Du hast nichts gesehen. Ich brauch den Truck. Ist das nicht gefährlich, einen Haufen Leute in der Hitze rumstehen zu lassen ohne Schlaf? Nein, es ist ein Spaß. Ab nach Hause. Ich nehme meine Hände nicht voll. Mach's gut, Pete. Hey, lass deinen Gern zu. Oh, Mark. Die Sirene geht gleich los. Komm in die Gänge. Pause ist vorbei. Du willst doch den Truck gewinnen, oder? Es ist ein Spaß, das kann ich dir sagen. Glaub's mir ruhig. Echt riesig. Hands on. Sie stehen kurz vor der 40-Stunden-Marke. Ich muss sagen, ich rechne mit über 100 Stunden. Hey, hey, Biloxi. Schwitz bloß nicht auf meinen Truck. Oh, say, can you see, by the dawn's early. Was meinst du, warum die Leute kommen, um das zu schauen? Das ist eine Show. Eine richtig gute Show. As the twilight's last gleaming.